Herzlich willkommen, Markus Willacek. Herr Willacek in Berthold, Brechts Drei-Groschen-Oper, heißt es, ich zitiere, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Sehen Sie das auch so? In gewisser Weise ja. Das kommt darauf an, was man darunter genau versteht. Aber wenn das so viel heißt wie, wenn die Lebensumstände eines Menschen schlecht sind, wenn der Mensch selber in Not ist, ist es viel schwerer, Mitgefühl für andere aufzubringen. Das scheint mir eine empirische Tatsache zu sein. Man könnte auch sagen, Moral muss man sich leisten können. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube schon, dass man grundsätzlich immer moralisch handeln kann. Wenn man es nicht kann, dann ist es eben auch nicht moralisch von einem gefordert, das zu tun, wenn man es gar nicht leisten kann, sodass es eigentlich immer möglich ist. Aber es ist eben unterschiedlich schwer. Und es kann unter Umständen sein, dass es eben wirklich besondere moralische Festigkeit erfordert, dann das Richtige zu tun. Und das, finde ich, ist in diesem Satz schon ganz richtig ausgesucht. Das führt mich zu einer grundsätzlichen Frage, die mich interessieren würde. Der Mensch, das ist unstreitig, ist ein soziales Wesen, anders nicht überlebensfähig. Aristoteles hat den Menschen sogar als Sohn Politikon beschrieben, also als politisch charakterisiert. Ist der Mensch an sich auch ein moralisches Wesen? Das kommt natürlich sehr darauf an, was man genau unter moralisches Wesen versteht. Aber ich würde schon sagen, ja. Also erstens sind Menschen eben von sich aus ja mitfühlend, empfinden Mitleid, leben in sozialen Gemeinschaften nach moralischen Regeln. Das scheint mir schon zum Wesen des Menschen mit hinzuzugehören. Und wenn man dann, wie Kant, die Moral an die Vernunft anbindet, dann ist eben der Mensch als ein vernünftiges Wesen auch ein moralisches Wesen. Ist der Mensch also an sich biologisch determiniert als ein Vernunftswesen? Nein, determiniert ist er, glaube ich, gar nichts. Biologisch haben wir verschiedene Anlagen, Fähigkeiten, Möglichkeiten. Aber die müssen eben sozial, kulturell ausgestaltet werden in einer Gesellschaft durch Erziehung und so weiter. Da ist nichts determiniert, meiner Meinung nach. Also es gibt nicht, wie der Biologe Hans Mohr sagt, was er als Zitat formuliert, wir brauchen moralisches Verhalten nicht zu lernen. Es ist eine angeborene Disposition, die uns befähigt, das moralisch Richtige zu tun. Sind wir biologisch disponiert, angeboren, das Richtige zu tun? Nein, das glaube ich nicht. Das ist ein viel zu einfaches Verständnis von Moral. Schauen Sie, wenn ich zum Beispiel, und das scheint mir tatsächlich biologisch fundiert zu sein, Mitleid empfinde mit einem Menschen in Not, dann ist es ein natürlicher Impuls, diesen Menschen zu helfen. Das ist vielleicht ein Stück weit eine biologische Anlage, die Menschen haben. Aber es kann ja sein, dass diesen Menschen zu helfen moralisch falsch wäre, zum Beispiel, weil ich damit ihm zu nahe trete, weil ich seine Würde verletze, weil ich ihm die Möglichkeit nehme, selbst aktiv zu werden. Und da sehen wir schon, dass Moral viel, viel komplizierter ist als solche angeborenen Verhaltensmuster. Aber wenn jemand schwer verletzt auf dem Boden liegt, habe ich mir jedenfalls noch nicht überlegt, aber wahrscheinlich bin ich nicht in Ihrem Sinne doch moralisch genug ausgeprägt, dass ich ihm unter Umständen seine Würde verletzen würde, wenn ich jetzt mich ihm nähern würde, die Klamotten, die er trägt, aufreißen würde und versuchen würde, eine Herzmassage zu machen. Ist diese Komplexität nicht ein Problem der Moral, dass so viele moralische Ebenen bei einer moralischen Entscheidung eine Rolle spielt, dass wir am Ende oft gar nicht tun, was wir tun wollen, sollen, sondern das Gegenteil? Das gibt es schon, das kann sein. Es kann manchmal so komplex werden, dass man vor lauter Überlegen gar nicht mehr zum Handeln kommt. Aber schauen Sie, das ist ja gar nicht im Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe und scheint mir nicht den Punkt von dem Biologen Mohr zu bestätigen. Der sagt ja, wir wissen immer automatisch, was das moralisch Richtige ist. Jetzt haben Sie ein Beispiel dafür angeführt, wo wir tatsächlich relativ sicher wissen, was das moralisch Richtige ist. Das heißt aber nicht, dass es unzählige andere Fälle gibt, in denen wir das nicht wissen. Wenn die Hilfsbedürftigkeit eines Menschen darin besteht, dass der Mensch bettelt und unser Geld haben möchte, dann ist es zum Beispiel nicht ganz klar, ob dieser Person langfristig damit geholfen ist, dass wir ihm das Geld geben oder ob es nicht viel besser wäre, diese Person darin zu unterstützen, ihr Leben in einer anderen Weise selber in den Griff zu bekommen. Ich will jetzt gar nicht urteilen über Spenden und Geld geben, das kann man so oder so sehen. Ich will nur sagen, da kommen dann eben die komplexen Fragen ins Spiel, die nicht mehr mit einer rein biologisch fundierten, natürlichen Reaktion beantwortet werden können. Dann versuchen wir es andersrum, um uns diesem Thema zu nähern. Also wenn, wie Sie die These in den Raum geben, es nicht biologisch ist, was ist es dann, wie entsteht Moralität? Erstens glaube ich durch Erziehung und das heißt natürlich in einem sozialen Raum. Also nach meinem Verständnis ist Moral immer an soziale Kontexte gebunden, auch an soziale Praktiken, in die wir als Kinder hinein sozialisiert und initiiert werden. Wir lernen dann bestimmte Verhaltensweisen, verinnerlichen bestimmte Regeln und wenn alles gut geht, haben wir es am Ende mit einem Menschen zu tun, die oder der sich dann mehr oder weniger natürlich und automatisch für das moralisch Richtige entscheidet, solange es relativ klar ist, worin das besteht. Aber wenn ich kurz unterbrechen darf, was passiert, wenn ich in einer Gesellschaft aufwachse, wo die Reaktionen auf Anlässe von uns in einer anderen Gesellschaft als unmoralisch definiert werden, also ihr Kind ist sozialisiert, ist kulturell und pädagogisch sozialisiert und verhält sich, wie es in dieser Gesellschaft vorgegeben ist, nur leider ist in der Gesellschaft vorgegeben, beispielsweise, man könne vergewaltigen. Was ist das jetzt im Kontrast zu unserer moralischen Kategorie? Und damit verknüpft sich die Frage, gibt es überhaupt so etwas wie eine universelle Moral? Ja, eine sehr, sehr schwierige Frage. Also erstens zu dem Beispiel eines Menschen, der in einer Kultur groß wird, in der etwa Vergewaltigung in der Ehe zulässig ist oder überhaupt übergriffiges, Strafrechtlich bis vor kurzem auch moralisch und rechtlich erlaubt. Ganz genau. Und wir wissen es heute besser, aber lange Zeit war das anders. Und woran kann man da appellieren? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Person, weil in ihrer Gesellschaft das akzeptiert ist, sich moralisch richtig verhält. Was ich aber sagen möchte, ist, dass sie ja zumindest mal eine andere Ausgangsbasis hat für ihre Entscheidung oder ihr Verhalten, als jemand, der in einer aufgeklärten Gesellschaft groß wird, in der klar ist, dass man das nicht tun darf. Aber auch diese Person kann sich natürlich klar machen, dass etwa Vergewaltigung gegen andere grundsätzliche moralische Regeln ihrer eigenen Gesellschaft verstößt. Also Selbstbestimmung, Würde der anderen Menschen. Und ich glaube, dass es in fast allen Fällen, in denen Menschen sich in anderen Kulturen in einer Weise, die wir moralisch falsch finden, verhalten, auch in dieser Kultur selber Anknüpfungspunkte gibt, an die wir appellieren können, um klarzumachen, auch dieser Person klarzumachen, was sie tut. Also das müssen wir noch ein bisschen vertiefen, weil da bin ich noch nicht ganz überzeugt, in welche Richtung uns das führt. Also, wir haben Länder, wir haben Gesellschaften, in denen autoritäre Systeme regieren, und das seit Jahrhunderten und ungebrochen. In diesen Gesellschaften gibt es eine ganz andere Definition von einem der moralischen Kategorien, in denen wir leben, die Menschenrechte. Das heißt Gleichberechtigungsfragen, der Umgang mit Schwachen oder mit Kranken, die Frage der Privilegierung der Schichten, um nur ein paar Beispiele zu nehmen. Und jetzt komme ich dann noch mal auf diesen Gedanken zurück. Dort werden auch junge Menschen so erzogen. Und es gibt eigentlich in der Gesamtkonstruktion deren moralischen Gebildes, und Sie würden jederzeit auch behaupten, Sie haben eins, eine ganz andere Perspektive als das in Ländern, die aufgeklärt sind, die die Menschenrechte haben mit allen Schwächen, die es noch gibt. Und jetzt bitte ich noch mal, mir zu erklären, als jemand, der das noch nicht so gut verstehen kann. Gibt es eine universelle Moral, aus der heraus wir den Menschen an sich, in seinem Verhalten, nach innen wie nach außen betrachten können? Oder gibt es unterschiedliche Moralitäten, die der einen Perspektive wie auch der anderen fremd sind, aber eine Berechtigung haben, die Überschrift Moral zu tragen? Ja, ich möchte eigentlich beides sagen. Ich möchte sagen, es gibt unterschiedliche Moralitäten, die auch ein Recht haben, als moralisch zu gelten. Und wir müssen uns, glaube ich, auch klar machen, dass wir, damit meine ich jetzt so diesen westlichen Common Sense, der an die Menschenrechte appelliert, den ich vollständig teile, auch wir sind natürlich fehlbar. Und wir haben in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Wir haben ganz viele Ausnahmen von unseren eigenen Regeln gemacht, die wir im Nachhinein für verwerflich halten und falsch. Wir haben Menschen anderer Hautfarbe diskriminiert und vieles andere. Das muss ich jetzt gar nicht ausführen. Das ist ja so offensichtlich. Wir wissen das alle. Und insofern ist ja nicht klar, dass nicht auch vieles von dem, was wir heute für in westlichen liberalen Demokratien für moralisch richtig halten, noch verbesserungsbedürftig ist. Und wenn wir uns das klar machen, dann können wir vielleicht auch anderen Kulturen, die andere moralische Ansprüche stellen und Regeln einhalten, denen zugestehen, dass auch die sich noch verbessern müssen und weiterentwickeln müssen. Und für mich wäre eine universelle Moral nichts, was es schon gibt, sondern etwas, das wir gemeinsam, letztlich auf einer politischen Ebene, durch lange Diskussionen und langes Einander annähern, irgendwann erarbeiten müssen. Da muss ich vertiefen. Die Menschenrechte und die Idee hinter den Menschenrechten nennen wir jedenfalls einen universellen Wertungsmaßstab. Kann man, nachdem man Ihre Argumentation gehört hat, das noch aufrechterhalten? Ja. Also erstens ist es interessant zu sehen, dass die Universalität, die uneingeschränkte Allgemeingültigkeit, hier ja in zwei Richtungen geht. Das eine ist, dass wir sagen, wir gestehen allen Menschen gleiche Rechte zu. Das heißt nicht, dass alle Menschen, denen wir gleiche Rechte zugestehen, selber auch diese Rechte anerkennen. Sondern das ist die andere Dimension von Allgemeingültigkeit. Es gibt Menschen, die lehnen die Menschenrechte als ein westliches Konstrukt ab. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, zum Beispiel das Verhältnis von sexueller Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Ganz genau. Und das wird in anderen Teilen der Welt zum Teil bestritten. Und ich persönlich halte das für natürlich für falsch. Das ist ja gar keine Frage. Also ich bin für völlige Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung und all die anderen Dinge, die für uns zu den Menschenrechten hinzugehören. Aber wir müssen schon anerkennen, dass wenn Menschen aus einer anderen Kultur aufrichtig sind, dass auch sie vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen, obwohl sie sich ernsthaft um moralische Gründe bemühen. Und wenn das der Fall ist und wenn wir mit denen ins Gespräch kommen, dann kann es schon sein, dass wir in einen Punkt kommen, wo wir sagen müssen, wir haben unsere Gründe dargelegt, ihr habt eure Gründe dargelegt, ihr könnt uns nicht überzeugen, wir können euch nicht überzeugen. Und jetzt müssen wir uns aufeinander zubewegen. Jetzt helfen Sie mir mal, weil Sie das Wort politisch genannt haben. Politik muss Brücken bauen. Wie überbrücken Sie zwei solche unterschiedliche moralische Kategorien? Ja, ich habe dafür kein Patentrezept. Ich glaube, ehrlich gesagt, in letzter Instanz ist es eine Form von kultureller Annäherung, die sehr lange dauert. Und wir haben ja solche Überbrückungen. Wer soll sich wem annähern? Also was mir an Ihrer Argumentation noch ein bisschen Sorge macht, ist, wenn wir diese, ich behaupte das, Sie können mir das gerne widersprechen, wenn ich das jetzt falsch sehe, wenn wir die Gleichberechtigung der Konzepte auch zu respektieren haben, dann kann ja auch das Aufeinanderzugehen sein, dass eine Moralität, wie wir sie in der modernen, in der Aufklärung erarbeitet, ja teilweise erschuftet haben, dass wir uns da auch, jetzt müsste ich werten, zurückentwickeln, also nehme ich das wieder zurück, jedenfalls in diese Richtung entwickeln, aus der heraus wir gekommen sind. Ist diese Option dann auch eine, die man in Gesellschaften mit Moral in Zusammenhang bringen kann, dass das auch in die Richtung gehen kann, nicht immer nur in unsere? Also, das Letztere auf jeden Fall. Es kann natürlich immer auch in die Richtung gehen, die wir jetzt gar nicht antizipieren, von der wir jetzt denken, sie ist moralisch falsch, stellen sich, versetzen sich zurück in die Lage eines aufrechten, moralisch ernsthaften Menschen vor 100 Jahren, eines Mannes, der fest überzeugt ist, dass Frauen nicht die Fähigkeit haben, die Männer haben, an der Gesellschaft zu partizipieren. Dieser Mensch muss kein schlechter Mensch gewesen sein, er war einfach moralisch eingeschränkt. Und was ich unter anderem sagen möchte, ist, wir können in keiner Weise ausschließen, dass auch unser jetziger Standpunkt in manchen Hinsichten in dieser Weise eingeschränkt ist. Und wir können nicht einfach ausschließen, dass nicht in mancher Hinsicht andere Kulturen mit anderen Wertvorstellungen uns irgendwann überzeugen, dass ihre Herangehensweise in mancher Hinsicht besser ist. Ich will damit jetzt gar nicht alles zur Disposition stellen, das wäre ja völlig verrückt. Ich will nur sagen, in welcher Weise sich unsere eigene moralische Kultur in den nächsten 100 Jahren weiterentwickeln wird, ist genauso wenig für uns vorhersehbar, wie es für einen Menschen vor 100 Jahren gewesen ist, dass wir heute in einer solchen liberalen und wunderbaren Gesellschaft sind. Für solche Zwickmühlen ist unser Freund Nietzsche immer sehr optimal, der das so beschrieben hätte, ich zitiere, alles, was wir jetzt unmoralisch nennen, ist irgendwann und irgendwo einmal moralisch gewesen. Was bürgt uns dafür, dass es seinen Namen nicht noch einmal verändert? Ja, was bürgt uns dafür? Ist das dann doch beliebiger, als wir es in dem Moment tun, wenn wir an eine Moralität glauben? Beliebiger vielleicht schon, aber nicht beliebig. Und zwar deshalb, weil letztlich Moral ja an Gründe gebunden ist. Also wir müssen, wenn uns jemand fragt, warum darf man das, warum darf man das nicht, unsere Kinder fragen das, aber auch andere Menschen fragen manchmal oder fragen um Rat, dann können wir nicht einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus sagen, das darf man, das darf man nicht, sondern wir müssen erklären, warum. Und indem wir für unsere moralischen Einstellungen Gründe angeben können, sind sie nicht mehr beliebig. Heißt das, dass sie absolut feststehen und niemals sich verändern können? Nein. Also auch Begründungen müssen ja irgendwo anfangen. Wir appellieren an bestimmte Dinge, die wir dabei voraussetzen. Und diese Voraussetzungen sind historisch wandelbar. Das scheint mir einfach eine historische Tatsache zu sein. Und ich weiß, dass was ich sage etwas provokativ ist insofern, als es eben so ein ganz unerschütterliches Vertrauen in unsere westliche Moral ein Stück weit hinterfragt. Aber das heißt eben nicht, dass wir nicht dieser westlichen Moral sehr weit vertrauen können, so weit nämlich wie die Gründe, die wir dafür anführen können, tragen. Ich habe mit Ihrer Skepsis und mit Ihrer Vorsicht überhaupt kein Problem, wenn ich mit meiner Biografie als Jude in diesem Land lebe und mir anschaue, wohin die Moral zwischen 1933 und 1945 uns geführt hat. Und jetzt, obwohl wir nach außen eine These haben, sowas macht man nicht, Rassismus, Judenas, wir immer noch merken, wie viele es machen und alle Begründungen, die sie anbieten, dafür keine Kraft haben, dann ist für mich schon nicht nur die Frage der Beliebigkeit, sondern eine andere Frage auch im Raum, wie weit sind Moral und Doppelmoral Zwillingsbegriffe? Doppelmoral Zwillingsbegriffe. Ja. Sie sind es wahrscheinlich insofern, als, und jetzt kommt, glaube ich, ein Gesichtspunkt ins Spiel, über den wir bisher noch nicht so richtig gesprochen haben, Moral ja einerseits etwas ist, wo jeder das eigene Handeln am eigenen Gewissen und am eigenen Maßstab misst, wo wir aber auch immer sozial auf dem Prüfstand stehen und anderen gegenüber als moralisch akzeptable Wesen auch uns präsentieren wollen. Das Erpressungspotenzial, indem man mir ein schlechtes Gewissen macht, weil eine Gruppe sagt, das sei eine moralische Kategorie und ich genötigt werde, solange ich in der Gruppe bin, nicht ihr anzupassen. Ja. Wobei streng genommen natürlich niemand genötigt ist, weil man die Gruppe ja in unseren liberalen Gesellschaften zumindest auch verlassen kann, wenn sie einem nicht mehr gefällt. So die Theorie. Ja. Das ist richtig. Es ist im Einzelfall natürlich sehr, sehr schwer oder kann sehr, sehr schwer sein. Und jedenfalls ist der Effekt ja der, dass wir bei moralischer Beurteilung von Handlungen immer zwischen unserer eigenen Perspektive, die vielleicht Tendenz hat, uns etwas zu sehr zu entschuldigen. Wir sind alle, egal wie selbstkritisch wir sind, neigen dazu, die eigenen Gründe immer überzeugender zu finden, als sie vielleicht wirklich sind. Und auf der anderen Seite der Perspektive der anderen, die oft uns in ein bestimmtes soziales Korsett vielleicht hineinzwängt. Und dazwischen muss man den richtigen Weg finden. Aber das ist richtig, diese Art von Doppelmoral, dass wir nach außen hin etwas präsentieren, was wir in Wirklichkeit gar nicht für richtig halten, ist immer eine Gefahr, die mit an sich richtigen moralischen Ansprüchen einhergeht. Lassen Sie mich, weil Sie das Stichwort Politik selbst genannt haben, nochmal drauf eingehen. Diese Bundesrepublik Deutschland ist eine Demokratie und hat einen Begriff, nämlich das sei ein freiheitlich-demokratisches System. Ist Moral eine unverzichtbare Voraussetzung für ein demokratisches Land, das den Menschenrechten sich verpflichtet? Ja, das scheint mir auf jeden Fall der Fall zu sein. Das zeigt ja auch unser Grundgesetz, dass in der Hinsicht ja auch etwa den Begriff der Würde, der ja kein im engeren Sinn rechtlicher Begriff ist, sondern ein moralischer Begriff, ganz zentral einführt. Und ich glaube, das zeigt übrigens auch natürlich die Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ohne moralische Orientierung der Politik, aber eben vor allem der Amtsträger, etwa der Richter oder eben anderer von Verwaltungsbeamten und so weiter, nützt das schönste Rechtssystem nichts. Also insofern glaube ich schon ganz fest daran, dass eine funktionierende Demokratie immer auch ein moralisches Fundament braucht. Ist das ein Fundament, das auch gleichzeitig ein Ziel ist oder ist es ein Fundament? Also ich komme nur drauf, weil Sie das mit den Richtern, den Polizisten, dem Verwaltungsbeamten genannt haben. Wir wissen, dass unser Grundgesetz, auch der Anspruch, die Würde des Menschen ist unantastbar, in unserem Land nicht immer und überall erlebbar ist und auch nicht immer gelebt wird und auch von staatlichen Institutionen, von Menschen repräsentiert, nicht immer dieses Ziel erreichen. Ist diese Aussage Demokratie, Menschenrechte und eine moralische Konzeption das Ziel oder ist es die unverzichtbare Grundlage all dessen? Kann es nicht beides sein? Also es ist die Grundlage insofern, als wir überhaupt eine funktionierende Demokratie nur haben können, wenn das in weiten Teilen realisiert ist, wenn die überwiegende Mehrzahl der Menschen moralisch gutwillig ist und sich an gewisse Grundregeln einfach im Wesentlichen, im Allgemeinen, mit vielen Ausnahmen, aber doch hält. Aber dann ist die Tatsache, dass das heute so ist, ja keine Garantie, dass es morgen immer noch so ist. Und insofern ist es natürlich immer eine erzieherische Aufgabe, die nicht primär dem Staat, sondern uns allen Menschen im Umgang mit anderen, mit den Kindern, aber auch mit anderen Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, zufällt, dass wir dafür sorgen, dass dieses Fundament nicht erodiert, sich nicht auflöst, sondern erhalten und eventuell sogar erhalten bleibt und verstärkt wird. Da kommt mir sofort der Gedanke, wer ist in der Erziehung der oder diejenige, die erzieht? Meist sind es die Gruppen, die in den Machtstrukturen das Sagen haben. Hat Moral eine zivilisierende oder eine domestizierende Wirkung? Ganz grundsätzlich, also wenn domestizierend heißen soll, sie macht aus dem wilden Tier Mensch ein halbwegs gemeinschaftsfähiges Sozialwesen, ein Haustier. Wenn das dominizierend heißt, dann würde ich denken, ja, das ist auch eine Aufgabe der Moral. Ohne Moral würden die Menschen sich die Köpfe einschlagen und das tun sie ja eben im Allgemeinen zum Glück nicht mehr. Und insofern glaube ich, dass die Moral da eine durchaus dominizierende Wirkung hat, domestizierende Wirkung hat. Aber sie hat natürlich dann, wenn das einmal, wenn sozusagen ein gewisses Grundfundament in der Gesellschaft etabliert ist, auch eine kultivierende Wirkung. Das sieht man ja etwa an einem interessanten Punkt, dem um sich greifenden Verständnis dafür, dass auch Tiere moralische Subjekte sind und unsere Rücksichtnahme erfordern. Immer mehr Menschen werden Vegetarier oder Veganer. Und das ist ja schon auch eine Form von Kultivierung. Es ist eine Verfeinerung unserer moralischen Sensibilität, die sich da vollzieht. Und insofern hat Moral sicherlich auch zivilisierende Kraft. Sie sagen, der Unterschied zwischen richtigen und falschem Handeln ist für jede Moral konstitutiv. Wodurch ist festgelegt und wer legt fest, welches Handeln richtig und welches Handeln falsch ist? Eigentlich legt es niemand fest. Es gibt nicht die eine Institution, die das festlegt, sondern das sind im Allgemeinen ja doch historisch gewachsene Strukturen, Verhaltensweisen, die sich in einer bestimmten Kultur etablieren. Durchaus auf der Grundlage auch von biologischen Anlagen, die Menschen haben, Mitleid zu empfinden, soziale Wesen zu sein, mit anderen zu kooperieren. Und daraus entstehen dann eben komplexe moralische Systeme, die aber ja doch über verschiedene Kulturgrenzen hinaus doch auch große Gemeinsamkeiten haben. Also insofern glaube ich nicht, dass es irgendeine Instanz gibt, die das festlegt, sondern das ist Produkt menschlicher Geschichte und menschlicher sozialer Entwicklung, dass dann bestimmte Regeln uns als moralisch verbindlich erscheinen. Sie haben das Begriffspärchen richtig und falsch benutzen. In der Moral gibt es ja auch das Begriffspärchen Gut und Böse. In welchem Verhältnis steht die Moral zum Guten und zum Bösen? Ich glaube schon, dass die spezifisch moralischen Begriffe Gut und Böse sind. Also ich persönlich würde jetzt die Begriffe so verstehen, aber das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und man kann die Worte auch anders verwenden. Welches Synonym würde sie denn für Gut und Böse verwenden? Also ich würde denken, richtig falsch sind die allgemeineren Begriffe. Und man kann ja eben richtig und falsch sich in einem Spiel verhalten, man kann richtig und falsch sich mit Blick auf die eigene Berufswahl verhalten oder in irgendwelchen anderen Kontexten. Man kann irgendwie die falsche Zahnpasta kaufen, die einem nicht schmeckt und so weiter. Also richtig und falsch sind sehr, sehr allgemeine normative Begriffe, die eine Grundunterscheidung einführen. Und der Sonderfall davon, der moralische Sonderfall, den kann man dann mit der Tradition als Gut oder Böse bezeichnen. Das sind sozusagen Spezialfälle davon. Ich finde den Begriff Gut und Böse außerordentlich unmoralisch. Es ist ein unterdrückendes Wort. Also Böse ist so ungefähr fast, wenn man es in die Religionsmoral nimmt, der Teufel, die Hölle, du gehörst da hin, du bist einer von denen. Wenn man also über Moral redet, wenn man über Empathie gegenüber Menschen redet und ihr Verhalten als Böse kategorisiert, würde ich jedenfalls Zweifel haben, ob das ein Gespräch ist, ob das ich mich einlassen würde mit meinem Gegenüber. Ja, ich kann das nachvollziehen und bin vielleicht in der Hinsicht so ein kleines bisschen geprägt, einfach durch die philosophische Fachterminologie, in der diese Begriffe in einer nicht religiös konnotierten Weise immer noch verwendet werden. Dann verwenden wir sie doch in der Akademie, dann verwenden wir sie auch im Alltagsleben. Auch wenn man jemandem sagt, das war echt böse, was du eben getan hast, weckt es in mir Kategorien, wo ich mich frage, wer sind sie, dass sie mir in diesem Wort, auch mit dem Kompliment, du bist ein guter Mensch oder du bist ein böser Mensch, dass man mir mit dieser Kategorie entgegentritt, überfordert sich da und überhöht sich da nicht das, was wir Moral nennen. Das ist eine Gefahr, das sehe ich auch. Nun muss man noch mal unterscheiden, gute und böse Handlungen, gute und böse Menschen. Ich glaube auch nicht so richtig daran, dass es gute und böse Menschen gibt. Es gibt da überall viel Grau zwischen den Extremen und insofern würde ich das vielleicht auch nicht unterschreiben. Es ist natürlich dann schon, wenn man an die extremen Fälle denkt, wir haben eben schon an die Nazi-Zeit erinnert, ob es da nicht doch auch Menschen gibt, wo man gar nicht anders kann, als am Ende zu sagen, die haben, das war böse, was die getan haben und vielleicht waren die auch böse Menschen. Wir kommen jetzt, glaube ich, an der Stelle noch mal in ein ganz, ganz schwieriges Fahrwasser und das hat etwas mit Freiheit des Willens und Verantwortung zu tun. Ich bin da sehr skeptisch, was die Reichweite der menschlichen Freiheit angeht. Ich glaube, Menschen sind frei, sie sind verantwortlich, aber wenn Menschen sich ganz krass unmoralisch verhalten, dann ist immer auch die Sorge im Hintergrund, es könnte etwas an dem Menschen auch so sein, dass er gar nicht anders kann, dass es ihm gar nicht zu Gebote stand. Das heißt nicht, dass man das alles einfach pauschal entschuldigt, aber das heißt, dass man mit dem Begriff böser Mensch tatsächlich, da bin ich ganz Ihrer Meinung, sehr vorsichtig sein muss. Na gut, wir kennen das ja nicht nur, seit es Sigmund Freud gab, es gibt ja auch in der Neurobiologie die Frage, wie weit der Mensch selbst eine Entscheidung getroffen hat oder sie erst etwas retardiert durch sein Bewusstsein wahrnimmt. Es gibt die Möglichkeit, auch von einer schuldlosen Verantwortung auch in Strafsysteme zu gehen, aber das führt uns natürlich zu einem dieser Persönlichkeiten, die uns eine Hilfe jedenfalls angeboten haben, über das Thema zu sprechen, nämlich Kant, der hängt den moralischen Status einer Handlung nicht vom moralischen Status der Konsequenzen ab. Er sagt, ich zitiere, es ist ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Konvenienzien einzuschränkendes Vernunftsgebot, in allen Erklärungen wahrhaft, also ehrlich zu sein. Das führt mich dann wieder doch zu auch Neurobiologen, psychiatrischen Erkenntnissen, also der Mensch lügt an sich, immer auch, Heißt das, Lügen sei unmoralisch nach Kant? Nach Kant sicherlich. Also Kant ist ja in der Hinsicht wirklich knallhart und lässt überhaupt keine Ausnahmen zu. Es gibt diesen berühmten Aufsatz von ihm, in dem er sagt, selbst wenn ich einen Freund versteckt habe, der zu Unrecht von irgendwelchen Heschern verfolgt wird, die ihn töten wollen, selbst dann, wenn die an meiner Tür klingeln, darf ich sie nicht belügen, dass der Freund nicht bei mir ist. Das halte ich für ein Selbstmissverständnis der kantischen Moral. Ich glaube nicht, dass das aus dem kategorischen Imperativ folgt, dass man in diesem Fall nicht lügen darf. Kant hatte den Wunsch, dass Moral auch für ungebildete Menschen schnell und einfach verfügbar und in klaren Regeln abrufbar ist. Das scheint mir nicht zu stimmen. Ich hatte das eben schon angedeutet, moralische Fragen sind oft unheimlich kompliziert. Ganz schwer zu entscheiden und man kann es sich dann nicht so leicht machen und sagen, okay, Lügen ist verboten, also darf ich jetzt nicht lügen, sondern das ist viel, viel komplexer. Aber Kant hat es eben genauso gesehen. Aber dann will ich doch noch mal die Perspektive von Kant aus einer anderen Betrachtung sehen. Ist vernünftiges Handeln, auch wie Kant das formuliert, per se moralisch? Also, wenn man Vernunft nicht verengt auf profitmaximierendes Handeln, also im Sinne von Zweckrationalität, die effektivsten Mittel, um seine Zwecke zu erreichen, sondern wenn man Vernunft versteht als den besten Gründen zu folgen, dann würde ich denken, fallen Vernunft und Moral weitgehend zusammen. Dann fragen wir es noch mal aus einer anderen Richtung. Ist moralisches Handeln per se vernünftig? Ja, aus genau demselben Grund, weil moralisches Handeln ist das Handeln, das in der jeweiligen Situation die besten Gründe für sich hat. Also ich glaube nicht, dass man zum Beispiel moralisch verpflichtet sein kann, etwas zu tun, für das alles in allem die schwächeren Gründe sprechen, weil man alles in allem doch eher was anderes tun sollte. Also zum Beispiel, wenn von mir gefordert wird, dass ich die Wahrheit sage, dann hat das ja manches für sich natürlich und nicht zu lügen. Aber wenn alles in allem die stärkeren Gründe dafür sprechen, meinen Freund zu retten und nicht die Wahrheit zu sagen, dann ist die Konsequenz nach meinem Verständnis, dass es auch gar nicht moralisch gefordert ist, von mir die Wahrheit zu sagen. So und jetzt sind wir in der Subjektivität dessen, was wir über Moral diskutieren. Ihr Beispiel könnte man auch anders sagen und sagen, auch der beste Freund kann nicht legitimieren, dass ich den Staatsanwalt anlüge, mich dabei in Klammern strafbar machen geschenkt, das ist die juristische Seite, um ihn zu schützen. Auf der anderen Seite ist es eine moralische Kategorie zu sagen, dafür sind wir Freunde, ich verlasse mich auf dich. Und schon sehen wir, dass derselbe Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven mit einer moralischen Begründung zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. müssen wir damit leben, dass wir, obwohl wir von der Moral sprechen, wir nicht zum gleichen Ergebnis kommen und dass es nicht ein Ergebnis gibt, selbst im selben Kulturraum, das zwingend notwendig ist? Ich glaube, ja. Ich glaube, damit müssen wir leben. Das folgt aus der Tatsache, dass moralische Fragen eben so komplex sein können. Sie sind es ja nicht immer. Es gibt ja ganz viele, ganz klare Fälle. Ja, also dass ich nicht zu meinem eigenen Vorteil und zum Nachteil eines anderen die andere Person belügen darf. Das ist ja unstrittig. Aber dass ich nicht zum Vorteil eines anderen jemanden, der zu Unrecht verfolgt wird, schützen darf durch eine Lüge, das ist eben nicht unstrittig. Und da kommen die komplexen Fragen ins Spiel. Und die kann man tatsächlich, je nachdem, wie man die verschiedenen Gesichtspunkte gewichtet, auch vielleicht sogar mit guten Gründen unterschiedlich beantworten. Ich glaube, das liegt an der Komplexität der Sachfragen, dass wir hier nicht immer eindeutige Antworten erwarten können. Jetzt machen wir es noch komplizierter, wenn wir schon bei Menschen sein wollen. Noch einmal, Kant legt großes Vertrauen in die menschliche Vernunft, um das Zivilisierende zu erreichen. Der Mensch ist aber nicht nur rational. Andere sagen kaum, dieses Großhirn 40.000 Jahre macht sich wichtiger und ist ein kleiner Hochstapler. Aber was sicher ist, ist, dass der Mensch ein emotionales Wesen, ein Instinktwesen ist. Und Freud sagte mal, Zitat, der Mensch ist eben ein unermüdlicher Lustsucher und jeder Verzicht auf eine einmal genossene Lust wird ihm sehr schwer. Ist also das Streben nach Erfüllung von Lust als oberstes Prinzip etwas Unmoralisches? Ich denke, da hat Kant recht. Als oberstes Prinzip ist es etwas Unmoralisches, weil das hier heißen würde, dass ich mich über alle berechtigten Interessen und auch über die Würde anderer Menschen hinwegsetzen könnte, um meine eigene Lustbefriedigung zu verfolgen. Das kann ja nicht richtig sein. Dann wären wir wieder bei dem Vergewaltiger. Aber im Einverständnis mit anderen. Ja, im Einverständnis mit anderen ist es ja dann auch überhaupt kein Problem. Aber dann ist die Regel nicht mehr... Doch, weil da wiederum moralische Kategorien eine Rolle spielen, die in der Gesellschaft je nachdem eine Bedeutung haben, beispielsweise in den Kirchen, aber beispielsweise auch in anderen nichtreligiösen Gruppierungen, wo man sagt, die Erfüllung dieser Lust, das ist etwas, was in der Moral noch nicht da ist oder nicht erfüllt werden soll. Also Lust ist ja auch immer etwas, was moralisch konnetiert wird. Das ist richtig. Ich hatte jetzt bei Lust, ich hatte den Ausdruck jetzt ganz allgemein verstanden. Man kann natürlich jetzt auch speziell etwa an so Sexualmoral denken. Das ist ja überhaupt etwas, woran, glaube ich, viele Menschen bei dem Wort Moral erst mal als allererstes denken. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich jetzt als Moralphilosophen, wenn ich mich so bezeichnen darf, überhaupt nicht interessiert. Weil ich glaube, es gibt schon auch ein paar interessante moralische Fragen, die die Sexualität betreffen, aber die sind ganz anders als das, woran die meisten Leute über Sexualmoral denken. Wer jetzt mit wem was macht, ist moralisch neutral. Solange die Menschen sich respektieren dabei und es in gegenseitigem Einvernehmen geschieht, ist das keine moralisch interessante Frage, glaube ich. Und was wir daran sehen, ist, dass eben das Prinzip, das Freud genannt hatte, nämlich, oder was Sie jetzt aus Freud sozusagen herausgekitzelt hatten, die eigene Lust, um jeden Preis zu verfolgen, das wäre kein moralisch zulässiges Prinzip. Die eigene Lust, im Einverständnis mit den anderen und unter Rücksichtnahme auf ihre Rechte und Würde zu verfolgen, da habe ich kein Problem. Da würde ich dann doch einen anderen Kollegen zitieren, nämlich Peter Stemmer. Der beschreibt, dass auf die Verletzung der Moral in der Regel mit sozialem Druck reagiert wird und dass der soziale Druck viel dominanter ist als der rechtliche Druck, der erst einmal ganz weit weg ist. Der muss sich ja erst mal nähern. Also irgendwo kommt da so eine Staatsinstitution. Der soziale Druck ist mein Umfeld. Er führt aus, ich zitiere das mal, der äußere Druck, der sehr verschiedene Formen und Intensitäten annehmen kann, wird gewöhnlich antizipiert und internalisiert, sodass die, die die Normen verletzen, auch mit inneren Widerständen und einem mehr oder weniger starken Unbehagen zu kämpfen haben. Hat er recht? Ist das nicht eine sehr zutreffende empirische Beschreibung? Also erst mal, wenn man das so darstellt wie Stemmer, scheint mir das unbestreitbar zu sein. natürlich, wir lernen, was moralisch richtig und falsch ist durch soziale Einübungen. Wir internalisieren diese Regeln und empfinden ein Unwohlsein nach einiger Zeit, wenn wir sie übertreten und wenn wir sie dann doch übertreten, dann haben wir Angst vor der sozialen Ächtung der anderen. Das scheint mir unbestreitbar zu sein. Die Frage ist, ob sich Moral darauf reduzieren lässt. Das würde ich bestreiten. Die Frage ist, wie man sich davon emanzipieren kann. Aber muss man sich in jeder Hinsicht davon emanzipieren? Also viele der Regeln, die wir auf die Seite... Und ist der Mensch an sich, der Zweifler, der Denker, der Fragende nicht a priori genau das Lebewesen, das grundsätzlich erst mal in Zweifel stellt und aus dem in Zweifel stellen in ein Emanzipationsprozess, weil alleine schon eine Frage gestellt wird, sich dynamisch entwickelt? Ja, wenn alles gut geht, kann das so sein. Aber denken Sie mal an Menschen, die Fragen stellen und keine richtigen Antworten finden und dann daraus den Schluss ziehen, man darf tun, was man will. Die Fragen nach den Grundlagen der Moral finden da nichts Richtiges, haben vielleicht irgendwie, wie ich finde, fälschlich vorausgesetzt, wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt, etwas in der Art, ja, und ziehen den Schluss, man kann sich über die Interessen anderer Menschen einfach hinwegsetzen. Dann würde ich jetzt da nicht von Emanzipation sprechen. Diese Menschen haben nicht was besonders Gutes gemacht, die haben einen Fehler gemacht. Und das heißt, wir brauchen als soziale Wesen auch in unserem eigenen Nachdenken eine Orientierung, die letztlich auch soziale Leitplanken braucht. Ja, also zu meinen, ich setze mich in mein stilles Kämmerlein und brüte jetzt die Moral alleine und für mich selbst aus. Das wäre hybris, das ist völlig vermessen. Aber in einer Gesellschaft, die immer diverser ist, wo also ganz unterschiedliche soziale Gruppen in Übereinstimmung einer Gemeinschaft sein zu wollen leben und wo moralische Kategorien unterschiedlich interpretiert werden, ist diese Frage ja drängender als in einer Zeit, wo es noch homogene Gesellschaften gegeben hat. Ja, das ist richtig und es ist natürlich auch nicht wiederum, glaube ich, nicht einfach a priori von vornherein klar, wie solche Konflikte dann aufzulösen sind. Und es ist auch richtig, dass es natürlich darauf ankommt, dass wir uns in den wichtigen Fragen auch selbst Rechenschaft ablegen und die Regeln kritisch hinterfragen, an denen wir uns orientieren. Aber kritisch hinterfragen ist ja selbst wieder ein normativer, also regelgeleitetes Verfahren und setzt wieder andere Regeln voraus. Und wir können nicht alle Regeln gleichzeitig in Frage stellen. Wir müssen uns immer an gewissen Regeln orientieren, um andere Regeln kritisch zu überprüfen. Dann überprüfen wir ein Problem, das Menschen haben, die versuchen, nach moralischen Kategorien zu leben, nämlich dann, wenn zwei moralische Pflichten miteinander kollidieren und wir das ein Dilemma nennen. Die Philosophin Philippa Futh hat folgendes Gedankenexperiment entwickelt, das teile ich mal mit Ihnen und den Zuschauerinnen. Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten, Sie kennen das, und droht, fünf Personen zu überrollen. Durch das Umstellen einer Weiche kann die Straßenbahn auf ein anderes Gleit umgeleitet werden. Unglücklicherweise befindet sich dort aber eine weitere Person, die wiederum sterben wird. Nun ist die Frage, soll die Weiche umgestellt werden? Und alles, was ich dazu sagen kann, ist, das ist ein Dilemma. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Meine persönliche Einstellung dazu ist, dass wir einer Person, die in dieser bedauerlichen Lage ist, weder im einen noch im anderen Fall einen Vorwurf machen sollten, weil beide Reaktionen sind nachvollziehbar. Man kann einerseits sagen, fünf Menschen sterben zu lassen, passiv zu bleiben, kann doch nicht richtig sein. Andererseits kann man aber auch die Intuition abrufen, dass man sagt, aber einen anderen Menschen aktiv zu töten, kann doch niemals gerechtfertigt sein. Und insofern gibt es, glaube ich, keinen guten Ausweg aus dieser Situation, die übrigens ganz analog ist, etwa zu dem Fall des Abschlusses eines entführten Flugzeugs, mit dem vielleicht in ein Hochhaus geflogen werden soll. Auch da, würde ich denken, kann man, glaube ich, weder in der einen noch in der anderen Richtung Menschen, die dann eine Entscheidung treffen müssen, und wir können alle nur hoffen, nicht in diese Lage zu kommen, dann einen Vorwurf machen. Das führt zur Philosophin Christian, Christian Neuhauser und Christian Seidl, die haben mal gesagt, Moral ist ohne Zweifel wichtig, aber man sollte sie also auch wichtig nehmen. Aber man kann sie auf verschiedene Weise auch zu wichtig nehmen. Haben die beiden recht? Ja, ich weiß jedenfalls, was Sie damit meinen, und das scheint mir auch richtig zu sein. Wir wollen natürlich nicht in einer hypermoralisierten Gesellschaft leben, in der alles immer nach strengsten moralischen Maßstäben untersucht und beobachtet wird. Das wäre sicherlich keine wünschenswerte Gesellschaft, in der wir leben wollen. aber Moral ist im Kern sind die Grundregeln, an die wir uns halten müssen und die muss man immer ernst nehmen. Herr Villacek, ich habe heute viel gelernt, dafür bedanke ich mich und schön, dass Sie hier gewesen sind. Danke Ihnen, auf Wiedersehen. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020